Die Gesetze der Natur sind allein die mathematischen Gedanken von Gott. Das ist ein cooles Zitat von einem Herrn namens Euclid. Und Euclid wird nachgesagt, dass er der Vater der Geometrie ist. Das ist natürlich auch der Grund, warum das Zitat jetzt hier gerade in dem Video ist. Und natürlich auch, weil ich finde, dass das Zitat generell ziemlich cool ist. Also es hilft dir nämlich dabei, oder es zeigt dir nochmal, wie wichtig die Mathematik ist und dass sie irgendwie immer so ihre Fingerchen im Spiel hat, wenn es darum geht, die Natur zu beschreiben. Also in dem Fall hier diese Gesetze der Natur. Das heißt, die Mathematik ist schon irgendwie so ein bisschen die Grundlage von dem, wie wir Natur verstehen sozusagen. Und das trifft sich auch ganz gut eigentlich mit der Bedeutung vom Wort Geometrie. Euclid war Grieche. Von Alexandria zeigt dir natürlich schon, okay, irgendwie Alexandria liegt ja in Ägypten. Das heißt, Euclid hat eigentlich gelebt und gelehrt in Alexandria, war aber wie gesagt geborener Grieche und spricht demnach auch Griechisch. Das hier drüben ist ein Bild von ihm, von einem Künstler namens Raphael. Also das hier soll Euclid sein. Und soweit ich weiß, kann keiner so ganz genau sagen, wie Euclid wirklich aussah. Dafür ist das einfach schon zu lange her sozusagen. Aber das ist so die Annahme von dem Künstler, also von Raphael, wie er ausgesehen haben könnte, als er in Alexandria gerade gelehrt hat. Hier unten siehst du ja im Alter irgendwem gerade was, irgendwelche seiner mathematischen Ideen auf. Also kommen wir nochmal zurück zum Wort Geometrie. Wie gesagt, Euclid ist Grieche. Das heißt, das Wort hat auch seine Wurzeln in der griechischen Sprache. Geo heißt dabei so viel wie Erde und Metrie, hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht sagt dir das metrische System zum Beispiel was. Metrie heißt so viel wie Messung oder Messen oder Vermessen. Also Geometrie hat so ein bisschen was damit zu tun oder bedeutet so viel wie Erdvermessung sozusagen. Das trifft die Sache eigentlich schon ganz genau. Wichtig ist aber, dass du weißt, Euclid, auch wenn man sagt, dass er der Vater der Geometrie ist, hat nicht als Einziger oder vor allem nicht als Erster sich mit der Geometrie beschäftigt. Vor ihm gab es schon ganz, ganz viele andere, auch die sich schon so ganz grundlegende Sachen angeguckt haben, ohne wahrscheinlich zu wissen, dass das gerade irgendwas ist, was man später Geometrie nennen wird. Zum Beispiel, wenn einer mal gerade da durchs Kornfeld gelaufen ist oder so und hat da vielleicht zwei Zweige liegen sehen, die dann so übereinander gelegen haben und daneben lagen noch welche, die lagen dann vielleicht so da. Dann hat er sich vielleicht gefragt, okay, irgendwie diese Öffnung bei den beiden Zweigen hier, also diese hier oben, die ist ja schon größer als bei den beiden Zweigen hier. In was für einer Beziehung stehen die beiden eigentlich zueinander? Oder vielleicht hat er auch irgendwo, ich weiß nicht, einen Baum gesehen zum Beispiel, der hier so eine Verästelung hat und hat sich dann gedacht, okay, irgendwie die Öffnung hier sieht ja schon so aus wie die Öffnung hier drüben. Stehen die irgendwie bei einem Verhältnis zueinander? Oder wie kann ich das eigentlich beschreiben, was ich hier gerade sehe? Und wieder ein anderer könnte sich gedacht haben, okay, sag mal, wenn ich jetzt einen Kreis habe, wie stehen eigentlich die beiden Distanzen zueinander in Beziehung? Ob ich nur um den Kreis herumlaufe oder ob ich einfach einmal durch den Kreis durchlaufe sozusagen, also einfach die kürzeste Strecke wähle, um einmal direkt durch den Kreis durchzugehen. Und wie ist das, wenn ich jetzt ganz viele verschiedene Kreise habe, die verschiedene Größen haben, sind die vielleicht alle, haben die genau das gleiche Verhältnis zum Beispiel? Das heißt, es gab wirklich viele, viele Menschen, auch vor Euclid schon, die sich mit der Geometrie beschäftigt haben. Aber Euclid hat was ganz herausragendes gemacht und zwar hat er dieses Werk hier drüben verfasst. Also eigentlich kann man sagen, es ist ein Kompendium und nennt sich Elemente oder die Elemente. Und Elemente, wie gesagt, ist eigentlich ein Kompendium von mehreren Büchern. Um genau zu sein, waren es 13. Die ersten davon, ich glaube sechs, beschäftigen sich mit der Flächengeometrie und noch ein paar andere mit der Zahlentheorie und noch ein paar andere mit der Geometrie von Körpern. Und Euclid hat sich halt so gedacht, okay, der zum Beispiel, der Herr Pythagoras hat mir ja schon gesagt, klar, wenn ich ein rechtwinkliges Dreieck habe und davon die beiden Katheten, das Quadrat von der Länge nehme, dann ist das genauso lang wie das Quadrat von der Hypotenuse. Aber was er wissen wollte ist, ist das immer richtig? Ist das für jedes rechtwinklige Dreieck wahr? Und deswegen hat er angefangen, das ganze mathematische Wissen seiner Zeit zusammenzufassen, eine unglaubliche Leistung, für die wir ihm heute immer noch dankbar sein müssen. Er hat nämlich mit seinem Werk hier die Grundbausteine der Mathematik gelegt, so wie sie heute funktioniert. Er hat nämlich angefangen, ganz, ganz viele, oder nicht ganz, ganz viele, aber ganz, ganz kleine Grundbausteine zu finden, mit denen er die Mathematik anfängt zu beschreiben. Also diese Grundbausteine nennt man zum Beispiel Definitionen oder Axiom oder Postulat zum Beispiel. Er hat zum Beispiel festgelegt, was versteht man unter einem Punkt oder was ist eine Linie, sowas zum Beispiel. Also wirklich so die ganz, ganz grundlegendsten Sachen, die du dir so vorstellen kannst. Und hat sich dann gesagt, okay, wenn das hier wahr ist und das hier wahr ist, dann kann ich ja gucken, ob ich aus diesen beiden Sachen irgendwas Schlussfolgern kann. Und dann muss das ja auch wahr sein, weil es hat ja nur wahre Grundlagen. Und so kann er dann natürlich auch so coole Sachen machen, wie beweisen, dass irgendwas nicht wahr ist. Also er kann natürlich sagen, okay, aufgrund, das ist ein dober Kreis, aufgrund von diesem Axiom hier kann es nicht sein, dass irgendwas anderes sein kann. Und du kannst, das kannst du natürlich immer weiterspüren, also du kannst dann diese Schlussfolgerung hier zum Beispiel nehmen, Schlussfolgerung kann man auch Theorem nennen zum Beispiel, hört sich wieder ein bisschen wichtiger an. Also du kannst natürlich auch dieses Theorem nehmen und noch ein anderes Axiom und daraus wieder irgendwas Schlussfolgern. Und solange das halt immer, solange jedes Theorem, vielleicht hast du auch mehrere Sachen genommen, zack, drei zum Beispiel, solange die Grundlagen von jedem Theorem, das du gemacht hast, immer wieder wahr sind, muss ja deine Schlussfolgerung auch wahr sein. Und er hat halt versucht, das Ganze mit möglichst wenig Axiom zu machen. Und das ist halt, wie gesagt, eine unglaubliche Leistung gewesen von ihm. Vieles von dem, was in diesem Werk Elemente drinsteht, hat er nicht zwangslos selber geschrieben. Wie gesagt, er hat das meiste eigentlich eher zusammengefasst. Und vielleicht nur, dass dir bewusst wird, wie herausragend diese Leistung eigentlich ist, die er gemacht hat. Er hat damit die Grundlagen der heutigen Mathematik gelegt. Und das Werk Elemente ist, soweit ich weiß, auch das zweithäufigst vervielfältigste Werk der Weltliteratur. Also es gibt noch eins, das wahrscheinlich häufiger gedruckt wurde, und zwar die Bibel. Oder nicht zwangslos habe ich nur gedruckt, sondern natürlich auch geschrieben. Das heißt, du musst dir ja vorstellen, als damals zum Beispiel die Buchdruckerei erfunden wurde, haben sie sich halt gesagt, okay, was drucken wir jetzt zuerst, das brauchen wir ziemlich häufig. Ja, alles klar, machen wir doch die Bibel. Und dann kam natürlich irgendwann die Frage, ja, okay, jetzt reicht es aber auch langsam. Jetzt wollen wir noch irgendwas anderes drucken. Was nehmen wir da? Ja, nehmen wir doch einfach Euclids Elemente. Und ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber Euclid hat gelebt 300 vor Christus. 300 vor Christus. Und man hat mehrere hundert oder sogar tausend Jahre lang sein Werk als Grundlage dafür genommen, ob jemand sozusagen intelligent ist oder nicht. Also man hat halt gesagt, okay, ja, du bist jetzt hier gesellschaftlich anerkannt. Wenn du das Werk von Euclid, dieses Werk Elemente gelesen hast und es auch natürlich auch verstanden hast. Das heißt, er hat wirklich die Grundlagen der Mathematik geschaffen, wie wir sie heute kennen. Und das ist auch wichtig, das ist nämlich das, was wir jetzt auch in den zukünftigen Videos machen wollen, was ich dir zeigen möchte, dass, was du jetzt in der Arithmetik gemacht hast, ist im Endeffekt erstmal nur Berechnung gewesen. Also du hast halt gelernt, wie man Zahlen addiert, multipliziert, dividiert und so weiter. Und wie die Mathematik aber eigentlich funktioniert, ist so, wie Euclid es gemacht hat, mit diesen mathematischen Schlussfolgerungen, dass du irgendwelche kleinen Grundbausteine festlegst und von da an anfängst, logische Schlussfolgerungen zu machen, die dann automatisch ja auch immer wahr sein müssen. Und dabei würde ich dir nämlich helfen, deine Fähigkeit auszubauen, logisch zu Schlussfolgern. Und wie gesagt, dabei hast du sogar noch das Glück, als kleines Nebenprodukt sozusagen lernst du auch noch, wie die Geometrie funktioniert. mithilge